Mehrere Felder im Boardmaker gleichzeitig skalieren. Folgende Situation. Ich baue mir hier eine Tabelle. Wunderbar. Und ich merke, ui, 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 ich brauche hier eine Spalte mehr. Für das kann ich eigentlich alle Felder markieren. Das sind so eine gestrichelte, grün-schwarze Linie. Wenn das ist passiert, dann drücke ich mit dem Finger auf der Tastatur auf die Tasten. Die ist unten links. Und ich drücke die und behalte die auch gedrückt. Sobald sie das machen, gibt es einen roten Rahmen um die markierten Felder. Jetzt kann ich die dann durch Klicken und Halten die Grösse so verändern, dass ich anschliessend meine Spalte wieder einfügen kann. Das nennt sich das Skalieren von mehreren Sachen. Das ist toll, dass wir das machen. Die Brösse so was sicher. Die Brösse so bei uns.